Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zur Sülze, yeah, mit dabei ist Maxi Fai, der Maxi ist super fly, yeah, Ehre in seinen Ass, herzlich willkommen, Discord Mutant, yeah, ja, wir spielen wieder First Class Trouble, äh, diesmal wie gesagt mit dabei mit Maxi Fai, Alter, ich würde mal gerne vorbeischauen, äh, beim, Ich bin immer noch, äh, bin ich immer noch gemütet, war ich nicht gemütet im Discord, äh, 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 jetzt nicht, oder was, oh, warte, oh, ja, warte, ja, ja, find halt geil, dass man so sliden kann, äh, aber war ich die ganze Zeit nicht gemütet im Discord, aber jetzt bin ich gemütet im Discord, du weißt, ja, du bist gemütet, ah, gut, ah, gut, okay, 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 ja, so, Digga, Du bist schon, du bist schon ein Profi in dem Game, ne? Jo, ich hab schon ein bisschen gespielt, ne? Lass uns Champagnerflasche, gönn. Gönn! Oh, ich hab's gar nicht, ach, ich... Komm her, Digga. Lass das nehmen, komm. Hallo. So, wollen wir Gnubel bringen? Ja, kein Problem. Gnubel wird schon wieder geklötet, Digga. Traut ihr euch nicht. Traut ihr euch nicht. Traut ihr euch nicht. Das Gift ist weg, oder? Das Gift ist da raus. Das Gift ist da raus! So, wo kommst du denn her? Hä, wir sind hier gerade zu zweit... Wir sind gerade erst rausgekommen. Wir können's nicht sein. Okay, das Gift ist weg. Oh, nein. Das muss Sterzig oder Gnu sein. Hä, oder Maxi? Wo ist Maxi? Nein, nein, ich bin mit Maxi rausgekommen. Ja. Okay. Dann lass Sterzig töten. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich war die ganze Zeit mit Gnu zusammen. Sie kann's bezeugen. Gnu! Aber er hat kein Dings verloren. Er hat keine Spritze verloren. Oder sehen wir den nicht? Ja, Gnubi, oder? Die sehen wir nicht, ne? Ja, aber dann muss Gnu sein. Ja, dann töten wir... Nein, lass doch aufhören, immer sofort die Leute zu töten. Ja, dann lass Gnu töten. Gnu. 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 So, ich hab Kraft gemacht gemacht. Was hab ich denn jetzt schon wieder gemacht? So. Ja, du hast die Spritze. Gib's zu, dann bringen wir... Ich zeig sie. Oh! Gib's zu, dann bringen wir dich nicht um. Traut ihr euch nicht. Traut ihr euch nicht. Ich werd euch nicht lassen. Ja, dann bist du halt zweiter. Nein, ich möchte nur nicht, dass ich das nicht töte. Warum denn nicht? Ich trau mich nicht mit. Sehr gut. Ich trau mich nicht. So, ich würd jetzt hier... Können wir mal eben hier aufmachen? Hallo? Hallo? Ja, ich komme, Kalle. Da stirbt schon wieder jemand. Ne, ich bin's tatsächlich nicht. Also wirklich nicht. Ja, ich auch nicht. Also, aber ich bin mir nicht sicher, ob Stärzig es war. Ich auch nicht. Pappe und Kalle. Hanno ist, glaub ich, so wieder so... Ach, du mit deinem... Pappe und Kalle. Lass mal Hanno töten. Der ist so ein Störenfried. So. Gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut war. Das war Hanno, den ich umgebracht habe. Das war halt nicht der Smart. Hast du jetzt deinen Homie umgedracht? Ja, das war der, der mich bezeugen konnte. Ich hab... Aber wo ist denn die Spritze? Warum sehen wir den nicht? Ja, Tapo wahrscheinlich. Ne, ich kappere gerade... Hä, was ist das für eine dumme Runde, Alter? Ja, wir können es hier nicht einfach... Pass auf. Ich bin verwirrt. Necklick mal, drück mal bitte töten, aber mach es nicht. Nein. Okay. Ja. Ähm, dann... Ich halte dich jetzt gleich fest. Kalle, du drückst auch töten, bitte? Achso, weil... Äh, ich weiß, was du meinst. Ja, das ist einer von uns. Und jetzt, halte ich mich bitte fest? Ja, ja. Ja. Also... Okay, jetzt halte ich maximal einer noch drinne. Okay. Ja. Das heißt, Hanno war es. Oder Gnu. Oder Sterzig. Wir sollten aber mal... Wir sollten... Ey, wir müssen uns mal ein bisschen beeilen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit für die Dinger. Äh, ja. Klug. Ähm... Wollen wir mal hier einen Raum zusammen aufmachen? Warum schläf ich hier? Alter, jemand hat hier als Leiche auf mich geschossen mit einer Gabel. Oh, warte mal. Ich kann hier die Lok mitnehmen. Das Lok mitnehmen. Komm mal her. Ja, ich komme. So, dann machen wir hier schnell die Scheiße fertig. Die DBD, weißt du, da sind wir bei der Profis. Ja, ja, klar. So. Hier ist nichts, ne? Gut, rote Karte. Ah, du hast die rote? Nice. Hier ist noch eine, hier ist noch eine, Kalle. Hier ist die blaue. Nice. Da vorne? Ja. Jo, jo, jo. Das Ding ist, Kalle, wir haben die Spritze jetzt nicht gefunden, ne? Ich glaube, wir sehen die aber auch nicht. Okay, aber, warte mal. Dann, es könnte maximal nur... Guck, guck mir, hier liegen. Alter, nice. Ja, dann dürfen wir ihn einfach nicht alleine lassen. Dann dürfen wir ihn nicht alleine lassen. Ja, true. Wollen wir alle mitnehmen? Hey, lass doch... Wollen wir es alle mitnehmen? Ja, nehmen wir alle mit. Du, du kommst mit. Carry the corpse. So. Also, ich sag mal so, wie es ist, ich bin es nicht, ne? Okay. Also, ich kann auch fort. Also, ich sag mal... Ganz ehrlich? Ich nehm mal an, dass, wenn die Spritze halt so genommen wird, dann müssen es eigentlich zwei Impostor sein, die zusammen starten. Also, was hat denn eben... Was hat denn Max eben gesagt? Es müssen... Also, Maxi und Hanno sind gestartet. Ja. Und es müsste Papo... Ne, warte, Papo ist mit mir gestartet und Genu und Sterzig hat er beschuldigt am Anfang. So. Ja, dann ist es Maxi. Dann ist es Maxi. Es ist Maxi. Nein. Doch. Nein, 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 nein. Es muss nicht sein. Doch. At least... Among the following. Alle anderen sind tot. Einer von den vier im Wahl. Aus deiner Sicht könnte ich noch sein oder Maxi und bei mir könnte es auch Maxi oder du sein. Okay, warte mal. Bei mir stehen halt... Warte mal kurz. Warte mal. Nee, warte mal. Stehen alle Toten da und Maxi? Ja. Das heißt, es würde auch mit dem Lock ein... Darf ich mal kurz meine Frage stellen? Wird unter den Toten... Also auch schon der Imposter quasi jetzt hier revealed? Also kann das sein, dass ein Toter hier genannt wird? Ja. Okay, das muss ich jetzt erstmal wissen. Aber für mich ist es trotzdem Maxi. Leute. Maxi, bist du es? Nein. Fünf Sekunden. Ich bin es wirklich nicht. Och Mann. Das wäre es doch gewesen jetzt. Ich glaube, also... Ich drücke Nein. Okay. Es sind nicht alle weg. Maxi ist es. Meinst du nicht? Ja, wir können doch einfach das Spiel jetzt dann zu Ende spielen. Ich habe eine Idee. Komm mit. Obwohl, nee, ich kenne den Raum. Weiter, neue Map. Alter. Die ist ganz neu. Die ist wirklich neu. Nice. Okay. Gibt es vielleicht irgendwie so einen Ort, wo nur dieser... Ist hier nicht die Spritze? Ja, nimm die mal mit. Das ist die Spritze, ja. Ist ja witzig, hättest du die jetzt wirklich einfach vor unseren Augen da rausgenommen. Ja, das ist ja so witzig gewesen. Och Mann. Ich bin es halt echt nicht. Also... Okay, wir müssen... Ich kann halt nicht hundertprozentig sicher sein, dass Kalle nicht auch einer ist. Ich weiß, dass er die Spritze nicht hat. Das weiß ich. Oh, das ist eine Falle, ne? Oh nein. Okay. Okay, pass auf. Ich halte wirklich drauf. Ich halte wirklich drauf. Warum muss ich... Das Problem ist, Papu kann mich halt schubsen. Wir sind zu dritt. Wir sind zu dritt. Ich gehe hinten, ich gehe hinten. Komm, Mexi, geh rein. Wirklich, ich halte drauf. Okay, bitte. Vertrau mir, einmal. So. Siehst du? Okay. 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 Das heißt, wir gehen jetzt gemeinsam zum Dings. Ja, ja. Wir müssen... Ich fände es so witzig, wenn wir einfach wirklich alle drei nicht sind. Ja, das kann ja echt sein. Aber dann lassen wir einfach das Spiel zu Ende spielen, so. Dann ist ja alles gut. Das ist, wie ich meine. Wir müssen Loks finden. Wir müssen noch die letzten Hinweise finden. Exi, warum... Wir müssen es ganz sicher ausschließen. Was hast du denn die ganze Zeit eben am Anfang gemacht? Also, ich meine... Ähm... Ich wurde gerade von der Pflanze gefressen. Ich habe wirklich nichts gedrückt. Ja, du. Ja, du bist... Ja, woher soll ich das denn wissen? Nee, pass mal auf. Du hast gesagt, die Spritze ist weg. Und es muss Gnu oder Sterzig sein. Dann habt ihr beide getötet. Jetzt kommt ihr die Laich-Edie-Pflanze. Tanne, warst du was? Nein, es waren Sterzig und... Ich war's auch nicht. Es waren Gnu und Sterzig. Mensch, Leute. Das heißt, die waren die ganze Zeit schon tot. Ja, da haben wir einen Krampf mit anzugucken. Ja. Ja, dann schnell in die nächste Runde. Nicht wahr? So. Kleine Info. Kleine Info. Gerne. Die... Man sieht, diese Giftspritze nicht gedroppt. Sterzig hatte die gedroppt, aber es sehen nur diese Residents. Das habe ich aber auch die ganze Zeit gesagt. Das habe ich ja die ganze Zeit gesagt. Warum habt ihr mich dann getötet? Hä, weil wir sie ja nicht sehen. Genau deswegen. Hä, Max ist so weird manchmal. Denkt immer, dass alles übelst in den Sinn ergibt, was er sabbelt. Aber ist das gar nicht so. Es hätte genauso gut Max sein können. Mann, Mann, Mann. Der Schürrle, du. Ne? So. Oh. Warte, ich mach jetzt mal hier. Ich change jetzt den Track. Oh, yeah, yeah, oh. Mm, mm, oh, mm, 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 oh. Oh, Hanno ist der Imposter, denn er kommt nicht her. Yeah, Ehre in den Ass. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh, yeah. Oh, yeah, oh. So, oh, yeah, oh. Ich bin der Beste, der an dem Maik-Junge, Wallach. Ach, wir haben so Lachen. Das ist mein Text. Ach so. Hallo, Stetzig. Wo gehst du hier hin? Ich weiß nicht, einfach so. Ich gehst aber so in die Ecke. So, pass mal auf hier. Jo. So. Aufgeknackt. Knackung. Oh. Gleich, geil, ich kann wieder Tennis mit dir spielen. Ja, dann kannst du mich gleich mal schön weghauen. Das wäre nice. Oh, no. Warst du es oder ich? Ja, I failed. Oh, ich hab's aber auch verkackt. Ich nimm mal den Stuhl mit. Dicke Kartoffel an fliegende Flöte. Dicke Kartoffel an fliegende Flöte. Over. Ich wähl mal aus. Hallo? Ach so. Soll ich doch weghauen? Ja, klar. Warte. Dann spring einmal bitte. Auf drei. Eins, zwei, drei. Yeah. Okay, die Spritze ist noch da, oder? Ja. Wo ist ein Henno-Blatt? Ihr traut euch nicht. Ihr traut euch nicht. Wo ziehst du es? Kommt jemand runter hier zur Rezeption? Ich komme jetzt runter. Okay. Hey. Hilfe. Ich komme. Was? Hilfe. Wo bist du? So. Klick. Oh. Du hast verkackt. Nein. So. Klick. Oh. Du hast verkackt. Nein. So. Klick. So. Jetzt reicht's aber. Nein. Ich war das nicht. Willst du das jetzt schaffen, oder nicht? Ja. Meinst du, ich schaff's? Du machst es ja gar nicht, oder? Ja. Machst du es? Geil. Ehre, Henno. Coole Aktion. So, rote Karte. Wirklich ne. Rote Karte. Du hast die blaue? Liegt sie hier auf den Tisch? Aua. Ähm. Au. So steh ich nicht auf. Hey, dritte Karte. Ich hab alle Karten. 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 Maxi, ich steh doch auf und pack die Karten. Ich hab ein Leichenskader. Henno, wie sagst du ihn denn aufgehalten? Hallo. So, jetzt reicht's. Aua. Schätze, ich hab dich auch lieb, aber lass mich los. Lass mich los, ich bitte. Verlass mich nicht. Bitte. So. Alter. Das ging mit dem Papu ab, Alter. Unormal. Unnormale Aktion. Alter, so seh ich uns im Club. Jetzt wieder im Casino, ne? Jetzt sind wir wieder im Casino. Schön im Hemd. So, was habt ihr gesehen, Freunde? Also, Hab den Lock mitgenommen. Oh, Henno, gut gemacht. Schön. Reingelockt. Ja, gut. Ja. Ich finde, ich kann damit irgendwie immer nichts anfangen. Man muss auch um ein paar Ecken denken können. Ja, und man kriegt ja auch immer bessere Locks. Wenn wir jetzt auf der nächsten Ebene Lock bekommen und auf der letzten Ebene, da sind halt verschiedene Locks. Was da drin steht. Wir müssen es nur merken, wer nicht zusammen ein Poster sein kann. Also, Max und Maxify, richtig? Ja. Gut. Okay. Aber da können auch zwei Poster stehen. Niemand wurde ausgestoßen. Das müssen auf jeden Fall nicht beide sein. Ja. Die einzige Infosie wäre da raus. Es muss mindestens einer dort aufgeschrieben sein. Irgendjemand drückt nicht. Ja, das ist genug. Ich drück immer auf Klo. Es ist immer... Du, jetzt drück! Danke. Gut gedrückt. Du Stück. Ja, mit Glück. Du Stück. Also, Kalle, ich habe eine Spritze. Komm, Casino. Das hat keiner gewinnt. Du darfst mich dafür umbringen. 30k auf. Nice. Okay, ich schau mir, dass ich die hier unten bekomme gleich. 1 Gramm. Joa. Ich versuchte, die abzulenken. Okay, Leute. Kommt mal bitte mit, einer. Okay, sieht sehr gut aus. Habste? Habste? Hallo, Hennu. Schöne Gnie-Karte. Hab eine rote Karte. Und hier hat Speed. Guck mal. Und ein Branch. Was hast du gefunden? The Speed of Life. Joa, drück mal hier, ey. Kannst du mich mal aufmachen hier? Drück mal F, weil die Karte kenne. Was macht ihr da? Ey, was macht ihr da? Hier oben hin. Was? Verstau ihn am besten hier. Hier fühlt er sich wohl. Komm mal her, Hennu. Ich habe was für dich. So. Und weg mit dir. So. Schleswig und Hennu sind doch eh immer gern zusammen. Dann haben wir sie jetzt hier schön hingelegt. Das ist so schön, ey. Nee, warte mal. Hier liegt eine Karte. Wo ich jetzt jemand... Hey, Maxi wurde getötet. Was? Oh, Maxi. Von wem? Von euch, ihr Schweine. Hä? Ja, von uns doch nicht. Ihr habt gelacht. Wir würden sowas niemals machen. Oh. Oh, armer Maxi. Wurde der richtig erwischt von dem Ding, oder was? Hast du noch eine Spritze? Ja, jetzt hab ich gelacht. Nee, ich hab die eben schon benutzt, leider. Aber es ist ja eh nur noch genug. Also, ich weiß gar nicht. Wie können wir sie jetzt töten? Einfach irgendwo reinlocken, oder was? Wir können sie ins Feuer schubsen. Oh ja, da sehe ich uns. Lass ihn mal die ganze Zeit rumschubsen. So richtig rum. Ja, 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 okay. Hennu ist auch schon tot. Ihr habt ihn umgebracht. Hä? Nein? Wo ist der denn? Ihr habt gelacht, als Maxi draufgefallen ist. Und so, ihr habt das gerade manipuliert. Ihr Schweine, ihr Seiten. Ich hasse euch. Geht weg. Hier vorne ist Feuer. Da können wir sie gut hinlocken. Nein. Haut ab. Komm mal mit jetzt. Komm jetzt mal mit. Wir müssen noch die blaue Karte finden. Wir müssen die blaue Karte finden. So. Und jetzt? Nein, halt auf die ins Feuer zu schmeißen. Ich weine, ich hasse euch. Du hast mich festgehalten. Warum? Ja, ich hab festgehalten. Ich kriege euch Wachen dran. Au. Nein. Nein. Kannst du sie gleich jetzt schubsen? Ja, klar. Hilf mir. Das ist voll verwerst. Ich bin euch. Hä? Nee, wir schubsen nicht nur ins Feuer. Ach, Mann. Nein. Hä? Na ja, dann schaffst du es halt nicht. Ich helfe dich gar nicht. Oh nein, ich hab dich geschubst, Karne. So, komm mal her. Wisst ihr was? Bevor ihr mich bringt, bringe mich selber. Nein, ich... Ich... Oh. Komm mal her. Was ist denn los? Nein. Nein. Nein, der warst schon. Der will mich schuppen. Nein, bitte nicht. Ich hasse euch zu sehen. Nein. Es war unfair. Mann, wieso schubs die mich immer? Das ist unfair. Nein, mit dir ins Feuer. Nein. Egal, da schnick ich lieber. Genau, dann besauft euch wenigstens. Lass uns zusammen ins Feuer gehen. Komm, wir gehen zusammen ins Feuer. Ja, komm, wir gehen zusammen rein. Aber du musst zuerst gehen. Nein. So. Ah! Oh nein. Ich hab keinen Feuerlöscher. Komm her. Komm her. Ich hab einen. Ich hab einen gedroppt. Ich hab einen gedroppt. Warte mal. Wo, wo, wo? Wie kann man droppen? Wie kann man droppen? Wie kann man droppen? Man kann nicht droppen. Man kann nicht droppen. Ah! Das Feuer verbrennt mich. Ich hab nicht... Äh! Knopf. 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 Oh, Leute, wenn sie das schafft. Oh, schade. Oh. Oh, schön. Oh, okay. Okay, Maxi, mit dir in Peace. Oh, schön. Schubs die Sachen. Oh, du Schwein! Ja! Wir haben gewonnen. Maxi, hat keine Sauerstoffflaschen, Mann. Oh, schön. Hatte ihr beide Gift? Ja, ja. Ich hab aus der ersten Runde das Gift mitgenommen. Ihr habt das nicht gesehen. Ach, ja, das war doch mal was. Also, Papo hat uns hier gut durchgecarried, aber das mit der Spritze, das war geil mit Sterzig und Hanno. Das war geil. Hast du das mit Sterzig mitbekommen? Hast du das mit Sterzig mitbekommen? Nee, ich hab nur gesehen, dass... Ich hab da so... Ach so. Also, Sterzig hat gerade gerufen, dass du's bist. Und er so, nö. Und dann rennt er so weg. Nö. Ja, geil. Ja, das war's dann erstmal für diese Woche Sülze. Nächste Folge bei Maxi. Nächste Folge, genau, bei Maxi, beziehungsweise schaut auf jeden Fall bei Maxi vorbei. Für den nehmen wir jetzt nämlich auch noch mit auf. Schön, dass er dabei war. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und, äh, ja, wie gesagt, nächste Woche dann ganz normal bei der Sülze, ne? Tschüssi. Kowski. Maxi, du hast das letzte Wort. Bye, bye. Bye.